die 1945 heißt wir sind wieder live mit unseren zwei speedruns denn heute ist wirklich samstag und ich freitag wie ich hier wie ich gestern erst dachte zwar das samstag wäre ludl aber easy nicht und zeigt mir mein livestream nicht an dankeschön ich habe leistet nicht geöffnet oh mein gott mal schon sagen irgendwas fehlt doch da fehlt doch irgendwas namens ok da fehlt trotzdem noch was sind wir noch nicht alles genau kann von drei zwei eins go Okay, go skates. Oh mein Gott. Knapp die Sprünge einfach waren. Hey, mal wieder eine 369, aber keine 30.0. Ah. Was ist das denn geteilte Moderatoren-Kommentare? Was? 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 Was hat Twitch denn da jetzt schon wieder eingeführt? Loll. Muss man mit auseinandersetzen. Hm. Ah. Mim, 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 mim. Okay. Okay. Ey. Voll gut. Ah, leider kein blauer Panzer, sadly. Sonst würde ich das Ding noch spielen. Mm, hm... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, läuft jetzt dann ganz gut. Vielleicht, wenn ich die Crewmarki entferne. Da meine ich die Farbquelle. Oh Gott, nee. Nee, 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 lassen wir. Obwohl, das ist schon ganz gut, dass sie da ist. Ist schon ganz gut. Hört sich das fürchterlich aus. Okay. 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 Nice. Oha. Oh, so lange für Weltfünf. Krass. Es sind jetzt gar nicht mal so viele Level. Aber ja, doch. Ich sehe es, weil ich oft fail. Und Safe-Spiele, das ist nicht so ein Problem. Okay. Okay. und um am Meine Güte, das war fürchterlich. Oh, da sind wir schon bei 6 Minuten angekommen. Witzig. Kann ich denn nicht unter der Farbquelle ein Video legen? Nur so das Interesse? Ich glaube, ich kann jetzt über alles mögliche hinzufügen. Oh mein Gott, muss ich mal gleich ausprobieren. Ich kann einfach mal ein Bild hinzu. Mal schauen, was passiert. Ja, ist nach dem One natürlich. Ja, verdammt. Oh mein Gott, nice. Irgendwie habe ich es geschafft. Voll gut. Mega, mega gut. Mega, mega gut. Bim. Let her go. Oh, wie ich früher mal verstanden habe. Oh mein Gott, nicht an den sterben. Nice. Geh durch. Dankeschön. Auf save. Hey, one up. Oha, wie viel schneller ich einfach gerade bin. Das ist krass. Fast eine Minute, ey. Krass. Yo, das ist ein goldener Split. Nice. Voll cool. What? Oh mein Gott. Was ist offenbar los? Das Spiel wird mir gerade so fürchterlich am Laufen. Das ist gerade der Ron meines Erlebens momentan. Oh ne, Wundersupdate. Schon wieder? Weiß ich nicht mehr. Oh ne, Wundersupdate. Oh Gott. Oh mein Gott. Nice. Oh ne, Wundersupdate. Oh, geil. Zeit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Wie cool war das denn? Ah, das nicht. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Was? Nö, nicht cool. Wollen wir die Feuerblume gönnen. Oh nein, es geht doch alles den Bach runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, mein Gott. Oh nein, ich bin der Bruder. Oh mein Gott. Die habe ich doch noch geschafft, um Minus zu sein. Voll gut. Irgendwie. Nice. Naja, sehr gut. Nur habe ich jetzt kein Dings mehr. Vielleicht habe ich doch einen blauen Panzer. Das wäre ganz cool. Ne, aber das nehme ich auch. Das nächste Level. Okay, ich habe noch fünf Minuten Zeit. 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 Und dann wäre auch einer gewesen. Eieiei. Okay, keine sechs Feuerwerke. Das ist gut. So ein Level war das nochmal. Das war das Spinnenlevel, ne? Ja, okay. Oder? Naja. Ich will gut durchwaschen. Ach, nö. Ich habe doch B gedrückt. Und jetzt haben wir den da noch im Hals. Oh Gott. Weg. 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 Ich bin auch hin, Mario. Ich habe keine Zeit. wieder go als getroffen werde Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, das shoppen wir. Das ist auch grün aus. Okay, cool. Wir haben länger gebraucht. Das ist normalerweise, glaube ich, weiß ich nicht. Okay, aber ist das da unten diese rote Zahl ist, lol. Oder länger ist die Bestzeit? Ich habe keine Ahnung. Okay, wenigen Minuten habe ich das so? Ah, der Tower braucht aber ewig. Das dürfen wir nicht vergessen. Was sind die Level jetzt mit Provo schaffen? Hm. Okay. Hmm. Bim. Das ist ein unsichtbarer Block. So nervig. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdammt. Nicht gut. Nicht gut. Geil. Oh mein Gott. Kann ich aufhören damit? Mehr Zeit. Was liebst du gut? Kommt das Barbar. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt haben wir keine Zeit. Jetzt sind es noch drei Minuten. Und hey, Brilliant Gaming, willkommen. Fand ich dir, dass es worked? Jo, da waren schon ein paar nice Sachen dabei, muss ich zugeben. Da waren schon ein paar coole Sachen dabei. Oh, nee. Ich gebe die Frage gerne zurück. Wie fandest du die direct? Oder war ich direkt... Oh, nee. Oh ja, das auf jeden Fall. Oh, ich habe keine Zeit. Das ist gerade der, bis jetzt, der beste Run, bis jetzt. Den ich habe. Du darfst nicht vermasseln. Ich habe mich gerade ein bisschen... Ach, verdammt. Ich kann es noch holen. Noch kann ich es holen. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich hoffe mal. Oh mein Gott. Können die Aufwanderung so... Nicht cool. Alter. Okay. Ich glaube, das wird doch nichts mehr mit der PB, wenn es so weitergeht. Ja, okay. PB ist gelaufen. Schade. Schade. So, wenn ich jetzt erstmal nicht sterbe. Sie ist schon gekommen. Jetzt werde ich nicht getroffen. Oh, ich auch. Wirklich nicht. Witzig. Jetzt sind Zelda. Das war mal die Drillhülle. Oh, okay. Schade. Oh, ich bin noch nicht rein. Ja, ist gelaufen. Schade. Wir hatten nichts mehr mit PB. Sadly. Warum war das so ein guter Run? Egal. Ist okay. Wenn es doch noch nur PB wird, dann krass. Ich bin noch nicht dran. Ein 1-Up, ich hab mir jetzt so viel. Ja, okay, ich hab meine Items auch voll, also von daher wird Spieler mir geben. So ein 1-Up. Ja, das ist rot. Oh, noch so viel, oh Gott. Schau dir an, wie schön das da war, grün-gold, grün-grün, dann war das Enttäuschung rot, oh, schade. Okay, wir sind schon mal ein bisschen näher dran und sind schon mal wieder besser als die anderen Male, das auf jeden Fall. Okay, wir sind relativ nah an APB, sagen wir es so. 29,51 war es, glaube ich. Weil das Level ist auch noch so ewig lang. Da, 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 da. Ja, vielleicht haben wir dann leistet eine neue PV. Boah, ich glaube, das ist auch sogar eher weniger. Bei? Kannst du vielleicht mal schauen. Was? Oh mein Gott. Oh Gott. Yo. Wurde ich da nicht getroffen. Voll gut. Na hier schon, lol. Nee, machen leistet keiner, baby, schade. Das dauert zu lang. Außer ich schaffe den Trick. Nee, selbst dann nicht mal, lol. Spring. Spring doch. Dankeschön. Eieiei. Eieiei. Es lief am Anfang so gut. Und dann die Enttäuschung. Sadly. Ja. Okay. Dann gehen wir rüber. Zum anderen Spiel, was wir speedrun. Wie viel lange sind wir schon live? Oh, eine halbe Stunde. Ja, okay. Weil heute habe ich Zeit. Morgen ist Sonntag. Das ist ganz cool. Bin zwar ein bisschen müde, aber ist okay. Warte, endlich mal einen Samstag frei. Das ist super. Ich brauche keine Inhaltsgrenze, ich brauche keine Zeichnung. So, okay. Ja. Gut. Daten machen wir. So, das Bild kann weg. Stimmt. Achso, ich wollte noch was ausprobieren. Wegen, wegen... Egal, nehmen wir auch das. Oh, nee. Das ist... Das ist fürchterlich. Wobei... Nee, das ist fürchterlich. Haha. Das ist fürchterlich. Nee, 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 nee. Lassen, lassen, lassen wir es. Okay. Achso, und bevor ich es vergesse... Was ich öffne, schon mal... Live-Slot, nicht Live-Slot. Speedrun.com. So heißt die Seite. Nee, nicht Stream Elements. Weil Stream Elements muss ich auch noch ein bisschen was machen. Oh Gott. Ich sollte nicht aus den Spielen rauskennen. Ähm, im Emulator. Das klingt dann alles ganz fürchterlich. Okay. So. Okay. Drei, zwei, eins. Oh. Das ist eigentlich... Relativ lame. Das war ich aber auch gefühlt jedes Mal. Oh well, ich habe einen Weltrekord. Das war nicht in der Kategorie, aber... Da bin ich gerade am Versuchen dabei. Oder wenigstens Platz 3. Ich nehme es in den Top 3. Das wäre eigentlich ganz cool. Ich nehme es in den Top 3. Ich nehme es in den Top 4. Oh Gott. Oh Gott. Ich nehme es in den Top 4. schneller werden kann. Vielleicht damit ist es so, dass ich den Musik-Bug auslöse, lol. Ich muss keine Musik haben. Oh Gott! Oh, ich wäre schneller gewesen, wenn ich nicht getroffen wäre. 2,40. Oh, 2,24! Was? Krass. Oh, ich bin aber... ...ein Platz höher diesmal. Krass. Wie habt ihr denn 2,24 geschafft? Oh Gott, das ist abgefilmt. Warte, muss ich mir mal... Das müssen wir uns mal anschauen. Das geht mal ins 24, das Video, ne? Oder? 2,30. Oh, da sind mehrere Versuche drin wahrscheinlich, oder? Hm. Weiß ich nicht. Und wie geht's? So Companies. H Investigate mal. mal. 3, 2, 1, go. Na, verdammt, sollte ich skippen können. Ja, das ist eigentlich schon reset bei genaue Überlegungen. So lang gebraucht. Kann ich mir nicht eigentlich ein save state setzen, wenn ich auch mal nur ein save state laden muss und nicht mal dingsdingsen muss. Ich glaube, das mache ich auch. Psst, erzählt niemand davon. Warte, wie lade ich ein save state bei den Emulator. Okay, F1. Ganz gut. Cheapisch. Ach. So, jetzt. Jetzt habe ich eine richtige save state. Ich habe gerade kurz gehört. Was muss ich machen? So. So ... Wwwwwwwwwwww. Bim, bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, bim, bim. Bim, bim. Bim, 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 bim. Bim, bim. Bim, bim. Bim, bim. Bim, bim, bim. Bim, bim, bim. Fragezeichen um Fragezeichen. Din, 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 din. 10 Sekunden muss ich noch aussagen. Aber, Nachricht. Oh, neues Geist. Teil-Canonless-Beginner-Example-Rennen-Notes. Was? Canonless. Oh. Oh. Braucht man eine Stunde. Krass. 1, 2, Kompletterei, 5 Tower, 5, 7 Tower, 7, 8 Tower-Klasse. Oha. Oh, das ist aber auch der Weg, den wir machen. Okay, I have to see. Wir gehen rüber jetzt zum Hauptprojekt, das wir haben. Nämlich Zelda The Last of Kingdom. Wir sind quasi schon 25 Minuten. Das ist keine ganze Stunde. Ich find's super, dass ich einfach nur eingeben muss. Und schon wird mir Zelda Theotica angezeigt. Das ist super. So. Ich glaube, die Switch macht instant mit. Mit Switch meine ich Capture Card. Die Switch macht immer mit. Aber die Capture Card nicht. Immer. Das ist das Problem. Mal schauen. Achso. Ich muss ja erstmal meinen Controller wieder dingsen. Oh Gott. Ich glaube, das war laut. Sorry dafür. Ich hör' was. Aber hier auch ein Ground-Root. So. Erstmal Overlay wechsel. Hier kann ich auf jeden Fall mir einen Spaß erlauben. Ach, stimmt. Das wollte ich mir auch noch anschauen. Mal schauen. Das war halt übel. Ich hab' ich gesehen. Ich hab' direkt meine Switch genommen. Und mir das runtergeladen. Und das war halt schon. Muss ich eigentlich klippen, glaube ich, bei genauer Überlegung. Ich glaube, ich mach' das auch gleich. Muss ich streamen auch online? Ja, doch. Muss. Ist noch keine sechs Tage vergangen. Wo war ich denn? Wo war ich denn? Azoa-Wurzel. Ach ja. Oh nee. Warte. Man sagt eigentlich mein Controller. Muss da geladen werden. Äh. Ja, mach ruhig. So, ich hab' Leiswold hier noch offen. Ups. Das kann geschlossen werden. So. Okay. Hier haben wir... Aber wo ist die Wurzel? Das würde mich interessieren. Wo ist die Wurzel? Dann... Ich hab' einen besseren Überblick. Ich bin immer noch bei Krugers fünstere Pläne. Ich bin nicht wirklich weit gekommen. Ah, nee. Ich bin bei den letzten... Mittlerweile hab' ich Leuchtsammer? Oh, nee. Hab' ich nicht. Ich wollte den nicht werfen. Kann ich das Werfen abbrechen? Ich werfe die immer, aber ich will die nicht immer werfen. Ich muss doch irgendwie das Werfen abbrechen können. Au. Da kann ich glaube ich nicht mal hoch, oder? Oder? Vielleicht schon. Mal schauen. Lass mal hier hoch, mal schauen, was passiert. Jetzt haben wir uns auch so einen Denklinge mal da rauf. Krok? Gibt es einen Untergrund Kroks? Keine Ahnung. Jetzt bin ich bei Feen. Ich glaube so, in die Richtung gerade. Witzig. Ist da oben noch was, oder? Geht es da nicht mehr weit? Was ist da? Ende Gelände. Ist bestimmt Ende Gelände. Mal schauen. Ich sehe nichts mehr. Aber es ist okay. Jetzt wird der E-Book noch weiter hoch. Okay. Klettert natürlich irgendwo lang. Aber nicht weiter hoch. Ich kann ja auch loslassen. Oh Gott. Na, kann ich ja rumfliegen. Hier ist so ein Armium. Cool. Ja, okay. Da oben ist nichts. Ich muss einen anderen Weg finden. Wo ist sie da? Da haben wir. Was war das? Will mal liegen. Ist das noch weit weg? Geht's. Was ist hier so ein Leuchtsam von mir? Was? Falls er von mir ist. Keine Ahnung. Doch, hier war ich schon mal. Da habe ich mal versucht hoch zu klettern. Ging nicht gut aus. Wer ernsthaft. Ich würde es echt interessieren, wo die Wurzel hier ist. In diesem... In diesem... ...kleinen Gebiet bei. Es sind wahrscheinlich sogar zwei Wurzeln, oder? Ich habe keine Ahnung. Das ist gut, dass ich gerade ein bisschen so durch mir erstmal durchlatschen. Gott. Ach nee, ich habe gerade im nächsten Mal Schutzgrad. Ups. Und ich habe einfach totes blüht durch. Egal. Hm. Hat irgendwie... ...neeeh. Ist halt auch nix. Ohne, jetzt gibt es leider keine... ...Dings. Ist das das nächste? Ich darf einen geladscht. Wirklich. Ist da hier noch irgendwo ein Ding? Ne, ich glaube nicht. Ah, je, je, je. Jetzt war ich hier gerade offen. Ups. Na, da kann ich nicht lang. Da ist Tote Hose. Ohne. Keine Leuchtsamen, ja. Schon wieder. Soll ich nicht leuchtsamen. Ohne. Ich glaube, ich habe aber noch ein paar Riesenweizamen. Na, ist okay. Ja, ich gehe jetzt einfach durchs Miasma. Ist egal. Er ist da lang zu klettern. Ein bisschen Miasma-Schutz habe ich, ja. Oh, warte mal. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, ich bin gleich schon da. Das wäre super, aber doch nicht. Und hier regnet es halt überall. Ja. Ich bin in einem Gebiet, wo ich eine Wurzel aktiv habe. Ich bin im Kreis gelaufen. Cool. Was ist das denn? Was soll es denn noch ein Eis geben? Wunderbar, warum ist da so ein... Zart. Ach, das ist das hier. Kann man nicht irgendwie... Was greifen? Was greifen? Ach so, da steht ja immer auch hier. Vielleicht gibt es eine Daumen-Volume. Ist das irgendwas bewirkt? Nö. Schade. Hätte es sein können. Wollte ich irgendwie was machen? Hm. Hm. Da kann ich wieder auf die Karte gucken. Da war es halt eine ungestürzte Statue. Joa. Ruderkant-Spiel. Ruderkant. Ja, Status auch nix. Nicht. Ne, mich war trotzdem oben, ne? Auf der Statue. Ja, okay. Ich weiß eigentlich, ob das irgendwie so ein geheimer Gang ist oder so, I don't know. Ich glaube, die Statue hat nix für mich, oder? Was soll ich hier hin? Nee, okay. Schade. Wir würden Teele mit dir machen. Nee, schade. Was muss doch damit sein. Meine Jäger hier war auch ganz... Wollte auch irgendwas davon, von der. Was ist da komisch? Ja, keine Ahnung. Ah, Bananen. Die, das gelögen Bananen. Keine Ahnung. Habe ich Bananen? Zwei Stück. Nö, okay. Wäre witzig gewesen. Gibt es vielleicht irgendwie einen Geheimweg da noch rein? Einen anderen Weg? Geht mal um den Berg rum. Schauen, was passiert, ob ich irgendwas finde. Das wollte ich nicht. Aber warum nimmst du, okay? Ach ne, ich hab eine Vieh. Hm, 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 hm. Weg. Weg. Willst du ihn bericht zu haben? Nee, schade. Wäre auch so schön gewesen. Vier Riesen habe ich. Nee, sechs habe ich sogar noch. Nice. Oh, ich kann ihn so machen. Okay, cool. So kann ich es abbrechen. Nice. Oh, ich führe es einfach. Leuchtet voll gut. Ich glaube, wenn ich trotzdem nicht Trans-Trum bauen kann. Z.B. Das ist ein Riesen-Berg. Was war mein Dummer? Hm. Ups. Da wollte ich nicht entschuldigen. Passt schon. Nee, aber ich glaube, auch dort ist nix. Beziehungsweise immer noch keine Wurzel. Wo habe ich... Wo ist hier eigentlich die Wurzel? Ernsthaft? Wo? Ist da eine Wurzel geben, wo ich Dingsen kann? Ich sehe sie nicht. Und jetzt war der Lichter. Und jetzt war der Lichter. Da hinten ist einer. Das ist mein Gebiet. Bist du ganz hinten? Das ist nicht immer das. Ich glaube, war nicht hin oder so leuchtsam, oder? Mal schauen. Wieder hinkommen. Ohne leuchtsam. Bin gespannt. Sonst. Ich sehe halt nix. Das Ding. Keine Ahnung. Mir ist mal so... Was riechen jetzt? Bin ein Kalb? Pintal? Wo ist die Wurzel? Was? Wo ist die Wurzel? Was? Wo ist die Wurzel? Wollte ich ja doch mit Leucht essen? Nein, ich glaube nicht. Hm. Wie ist Hitzeschutz? Äh. Äh. Nee. Nicht wirklich. Ich habe Ausdauer Medizin. Was? Ist das hoch hier? Stimmt. Verdammt. Ich weiß halt nicht, ob ich fast da bin, oder ob ich noch sehr viel vor mir habe. Das ist das Problem. Ich kann das auch nicht werfen. Na wie fast. Auf. Weil ich am Klettern bin. hm, 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 hm. Das wäre mir erst mal. Da drin ist irgendwas, da drin ist immer noch mehr, na? 2 Runden. Ich glaube, er schafft das nicht. Oh mein Gott. Das schafft er. Sag ich doch. Hahaha, nice. Hätte ich die Medizin nicht gehabt, dann hätte ich es jetzt nicht geschafft. Ich sage es, wie es ist. Oh, vielleicht ist das doch der, wo ich den Punkt habe. Nee, natürlich nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Hier. Hier war ich wie in einem kalten Tal. Okay. Ernsthaft, wo ist die Wurzel davon? Ähm, was soll ich denn? Wieder ein paar Leuchtsammfarm. Da war noch ein paar Leuchtsamm, oder? Ich hoffe mal. Ich weiß nicht, ich habe wieder fünf, äh, sehenslich da. Äh, hieß das so? Ja, ich glaube schon. Cool. Oh Gott, ich sehe nichts. Wo sind die Leuchtsammfarm? Wo sind die Leuchtsammfarm? Warum sind die weg? Wo ist der Ventilabschuer? Oh Gott, ich weiß nicht, da habe ich recht. Uff. Auf Wieder Die Leuchtsammfarm. Das war's für heute. Ups. Die sind doch keine Leuchtsamen, lol. Ach, ich halte ja eine zweite Batterie, wäre gut. Oh, ich dachte hier wäre der... Ach doch, du bist das, oder? Nee, du bist das gar nicht. Ja, das wäre der Ding, der Batterietüber war er gar nicht. Ah, nee, das war ja... Ist hier unten, richtig. Ich muss mich erst da hin teleporten, damit das geht. Das ist hier. Habe ich irgendein 100? Nee. Okay, ich habe keine 100. Schade. Ja, das kann ich schon vielleicht auch nochmal machen. Ja, der Händabbrunner hat er glaube ich nix, ne? Ach, das ist doch so eine Markierung. Ich hoffe, du bist da auch noch... Wobei eigentlich Sinn... Oder so eine Sache. Das weiß ich noch. Das war's nicht cool. Was ist das hier eigentlich? Also vom Ding so im Kreis. Das ist ja bestimmt auch ganz normal, oder? Ich glaube, das Plauto... ...Tongo-Strand. Das ist auch ein Abgrund. Ganz da am Rand. Ich muss jetzt mal hinkommen. Nach Athenoinsel? Ja, keine Ahnung. Da fahren wir erst mal hin. Nein, kurz was Fühles. Nein, bleib stehen! Au. Oder das ist das erste Mal, wo ich war so... Wow, what? Warum bleibt das stehen? Hier ist auch nix im Weg. Ja, ich hab das auch ohne... Ja, wir sind auch... Ich hätt's eigentlich upgraden können. Bei genauer Überlegung. Jetzt ist es schon zu spät. Oh, was ist das da hinten? Achso, das ist der Tempel der Zeit. Ich erinnere mich. Jo. Kann ich da abspringen? Wenn wir im Tempel der Zeit sind. Genauer Überlegung. Oh, was ist das da oben? Und das Licht? Das interessiert mich. Ist das ein Warpon oder was ist das? Nee, warte. Wenn's ein Warpon wäre, dann wüsste ich Bescheid. Tempel der Zeit... Oh, hier steht jemand. Ich hab dich erwartet. Okay. Mir überlegt es die Stärke desjenigen, der diesen Ort betritt, in der zeremoniellen Prüfung zu unterziehen. Was? Wenn du sie meisterst, würde ich dir die Geschichte dieses Eilands erzählen, dass er vergessen im Himmel sind. Oh, ich schwöre, dass du der Ehre würdig bist, um diese Geschichte weiterzunehmen zu dürfen. Darum sprich mit mir, sobald du bereit bist, deine Kräfte in der Zeremonie unter Beweis zu stellen. Was für eine Zeremonie? Ich möchte jetzt am Prüfung teilnehmen, um die Geschichte zu hören, auf jeden Fall. Außerhalb, ich werde dir nun die Zeremonie-Prüfung erläutern. Grunde genommen ist die Prüfung recht einfach. Entzünde die drei Feuer hier oben und kehre dann innerhalb der Zeitlaments zunächst zurück. Welche Feuer? Was? Welches Feuer? Zwölf Stunden? Oh Gott. Was für ein Feuer? Ja, ich bin sehr verwirrt. Zu dir komme ich zurück. Irgendwann. Wenn ich weiß, was für ein Feuer du meinst. werde ich sehen, was für ein Feuer? Ich habe mich nicht mit dem Feuer gegründet. Wow. 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 Au. Ja, und du redest nicht? Cool. Oh, hier war ich lange nicht mehr im Tempel der Zeit. Ach, verdammt. Oh, der Tempel der Zeit. So, jetzt mal gedulde ich mich auch. Was soll hier? Was wollen wir denn haben? Ausdauer. Haben wir gerade gesehen. Brauchen wir Ausdauer. Das tun wir hoffentlich. Auch voll hübsch hier, aber auch voll im Voraussicht. Ja, cool. Kann man dir was sagen. Mit dem wundervollen Ausblick verbeschädigte ich mich von heute. Morgen machen wir wieder die zwei Speedruns und weiter in Zelda Tears of the Kingdom. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir es dann vielleicht schaffen. Mal schauen. Das zieht sich halt gerade leider ein bisschen. Bin ich auch nicht so der große Fan, aber ist leider so. Wir sehen uns auf jeden Fall vielleicht morgen wieder. Wir waren schon auf dem Stream. Vielen, vielen Dank an jeden, der da war. Mega, mega cool. Bis dann. Und tschö, tschö.